So schwer kann dieser Filter doch nicht sein. Wir versuchen ein Team für Gen 1 zusammenzustellen und wir starten mit Mewtwo. Also dann kann ich doch nur gewinnen, oder? Ich kann doch hier nur gewinnen. Wir nehmen Turtokmift rein. Oh, da war Lavados. Das habe ich jetzt zu spät gesehen. Dragonier, weil Drachen Pokémon cool sind. Dann haben wir Zapdos. Zapdos finde ich gut. Ja, mit Zapdos kann ich auch arbeiten. Wir haben halt schon Aquana. Aber Aquana ist cooler als Lamus. Es tut mir leid, Lamus. Wahrscheinlich die klügere. Wir haben ein sehr Wasser-Pokémon-lassiges Team, aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Wir holen uns alle Orden. Ha, easy. GG.